Hoher Besuch in Lohne. Ministerpräsident Stephan Weil erschien am Mittwochmorgen auf dem Gelände von Wiesenhof. Zuvor hatte Weil sich mit der Eigentümerfamilie Wessjohann zum Gespräch getroffen. Das Unternehmen gab am Mittwoch über den Ministerpräsidenten bekannt, den Lohner Schlachthof wieder aufzubauen. Ich muss sagen, vor dem Hintergrund der Tragweite dieses Brandes muss ich feststellen, dass es erkennbar ergebnisorientiert ist, dass man sich seitens des Unternehmens bemüht, sehr schnell die Konsequenzen aus diesem Brand in den Griff zu kriegen und dass man das auch mit der gebotenen sozialen Verantwortung tun will. Dann wird dafür Unterstützung benötigen. Seitens der Landesregierung kann ich sagen, wir haben ein Interesse an der Sicherung dieser Arbeitsplätze und deswegen werden wir in den weiteren Gesprächen, die seitens der Landesregierung, insbesondere Wirtschaftsminister Olaf Wies führt, uns an dieser Stelle auch konstruktiv mit einbringen. Währenddessen versammelten sich etwa 60 Festangestellte und Arbeiter mit Werkverträgen des Geflügelproduzenten Wiesenhof vor dem Rathaus in Lohne. Sie fordern Antworten. Ich bin wegen der Arbeit hierher gekommen, denn hier habe ich einen festen Arbeitsvertrag. Doch im Moment spricht niemand ehrlich mit uns darüber, wie es weitergeht. So wie mir gibt es noch viele weitere, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Bei der Pressekonferenz waren Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Wies, der Betriebsrat, die Gewerkschaft NGG, die Agentur für Arbeit und auch der Bürgermeister Tobias Gerdesmeier mit dabei. So vieles ist nach wie vor ungeklärt. Das Unternehmen gibt zum Beispiel nicht bekannt, ob eine Betriebsausfallversicherung für die Schlachterei abgeschlossen wurde. Solange dies nicht geklärt ist, kann über die Zukunft der Mitarbeiter nichts Konkretes entschieden werden. Auch der Stadt Lohne liegt viel daran, den Standort Wiesenhof wieder aufzubauen. Wir werden dann gemeinsam mit dem Landkreis und dem Gewerbeaufsichtsamt besprechen, welche Schritte in unserer Stadt erforderlich sind, das heißt, welche Beschlüsse wir als Stadt Lohne fassen müssen. Und wir werden natürlich, das kann ich absehen, auch über diese Fragen kontrovers hier im Rat diskutieren. Denn es ist so, trotz des gewünschten Erhaltes vieler Arbeitsplätze, ein solcher Schlachthof hat eben auch negative Folgen und die werden hier bei uns im Rat sicherlich intensiv diskutiert werden. Der Betriebsrat äußerte sich erfreut über die Aussage der Familie Westjohan, den Standort Wiesenhof wieder aufzubauen, wo schon bald 350 Mitarbeiter wieder in Teilen der Zerlegung ihre Arbeit aufnehmen sollen. Aunderschool 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 Untertitelung des ZDF, 2020